Musik 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 Junge, lass mich so drauf treffen, rausweichen Rechts, links, rechts, links Lp, Lp, Lp Musik 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 ich denke mal die anderen haben auch stärke aber die trinken nicht so eng wir brauchen nicht alles zu sind das alles zuzubauen oder neben der wand wir müssen rechts dann kann die können die kunden daran gehen und den weißen plücken auch nicht so viele healpots haben spammt die weil da war nicht so klasse du hättest heal direkt trinken musst du nicht oder? du hättest auch nicht, du hättest auch nicht direkt was soll ich machen? trinken, ich kann eine rettungsparton setzen, heal trinken während der dp geht ja die haben nur einen einer bogen von denen was ist denn mit dem? er schlägt den überhaupt auf ich glaube die haben auch keinen heal nein nur noch 25 schuss jungen die haben keinen heal mehr dieser usana die haben keinen heal doch einen noch usana hat keinen heal mehr drüber auf die usana 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 geh zurück komm jungs, das war noch einmal zu stärker hab ich dann einfach schnell rein stecken ja ich bin voll stärker komm go bock ja 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 So, da so viele danach gefragt haben, was mit diesen schwarzen Blöcken ist, habe ich so ein kleines Texture-Pack-Overlay gemacht. Also ich habe da diese schwarzen Sandstone-Blöcke als Overlay einmal hochklären bei Mediaphy. Ist das auch ganz normal in der Beschreibung verlinkt unter dem Thema, wo die Texture-Pakete auch sind. Dort ist dann das schwarze Blöcke Block-Overlay. Und das müsst ihr halt einfach nur über euer aktuelles Texture-Pack rüber machen. Also das muss über eurem Texture-Pack stehen, damit das als Overlay verwendet werden kann. Das ist eine ganz normale WinRAR-Datei, das heißt ihr müsst die erst entpacken.